Ja, hallo zusammen. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von James Bond, 007, der Morgen stirbt nie. Und genau, wir sind jetzt beim letzten Level angekommen. Und genau, wir haben ja das Tarnboot quasi gefunden, durch hier die Dekodierung. Und jetzt gehen wir an Bord. Und da würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an hier. So, schauen wir uns mal die Cutscene an. Ja, genau. Ich weiß. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dieses Level richtig schwer war. Da muss ich auch immer wieder einen Safe State machen. Es tut mir leid, aber ich will halt nicht immer das Level von vorne machen, wenn ich sterbe. Ja, genau, weil da gibt es nämlich auch Zeit-Counter und Wegmerken und alles Mögliche. So, da sind wir. Versuch den Maschinenraum zu finden und halte das Boot auf. Ich weiß, was zu tun ist. Gut. Ich suche ein Funkgerät und gebe unsere Position durch. James, sei vorsichtig. James, sei vorsichtig. Was ist PK9? Ah, okay. Ah, ich weiß. Moment. Man kann irgendwie auch... Ich weiß nicht, wie es geht, aber man kann hier... Ah! Man kann hier auch so schleichen, merke ich gerade. Da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass hier ein Gegner ist. Geh mal rein. Und wenn man dann kurz hinter dem schießt, dann kann man hier Tricks machen. Guckt euch das an! Das ist geil! Da fühle ich mich doch direkt wieder an Tenchu 2 erinnert hier. So, was haben wir hier? Gesperrt! Okay, alles klar. Ja, bei diesem Level muss ich halt einfach nur... Ja... Orientierung bewahren, ne? Aber nicht so schnell vorangehen. Das ist auch noch zu. Einen Moment, ich muss mich mal... Aha! Aha! Da ist ein Typ! Seht ihr den? So, aber den mache ich so kalt. So. Endshot! Yes! Aha! Okay, sehr schön. Ist da noch einer? Aber ich komme mir echt vor wie bei Tenchu so langsam, ey. Alles schön hier weg, moicheln. Ah! Okay, da ist einer. Alles klar. Ich würde sagen, ich nehme direkt das Sturmgewehr und schieße. Genau! Sehr schön! Weil hier sind nämlich auch Medi-Packs sehr begrenzt in dem Level. So, ich habe ein bisschen Probleme mit Sitzpositionen. So, jetzt... Ja, Moment mal, das ist so voll verwinkelt hier. Ich muss nochmal rausgehen und nochmal gucken, wo die andere Tür hinführt. Hier, da gab es doch... Hier, da ist doch noch ein anderer Weg. Der ist zu. Okay, alles klar. Oh Gott. Äh, ich hasse dieses Talenboot. Also, das ist sehr verwirrend. Sehr verwirrend. So. Äh, hier rein. Hier können wir rein. Ah! Moment! Da kann man doch hier wieder den Tenchu-2-Stil machen. Genau! Und tschüss! Weg mit dir. Was ist das hier? Ah! Ah! Okay! Alles klar. M-Kontakt hier. Sitzion ausrichten. Übertragen. Abgeschütteln. Der Körper wäre am Weilen, aber keine Spur vom Bond. Wofür bezahle ich sie? Die Rakete ist startklar. Suchen Sie ihn! Ah, er hat also die Rakete. Okay. Die beiden Lehnen hat sich natürlich mal wieder hier einfangen lassen. Ich hab das mal zwischengespeichert. So, was haben wir hier noch? Ah! Scheiße! Oh, wo kommt der denn her? So, Moment. Dann nehm ich mal die Utzi. Oh, tschüss! Oh, hey. Oh, was ist das denn? Ein blauer Schlüssel hab ich gefunden. Okay. Büro 4A. Wo ist denn Büro 4A? 4A! Ah! Ah, okay. Hier also. Was haben wir hier? Ah, nicht viel. Okay. Hier läuft bestimmt noch ein Gegner rum, hm? Ja, da! Oh, tschüss! Tschüss! So, zack! Das sind Midi-Packs, jawohl! Ah! Das ist noch einer. Oh mein Gott. Ah, das ist ein Goldner Schlüssel, okay. Äh, was haben wir hier noch? Gelben Schlüssel, ja, okay. Was haben wir hier noch? Können wir das benutzen oder kaputt machen? Ah, Panzer! Panzer! Sehr geil. Ich glaub, das kann man nur kaputt machen, ja, ja. Okay, die Utzi ist leer. Dann nehm ich mal hier meinen Kalaschnikow. Genau. Dann wieder raus hier. Was? Wofür ist der gelbe Schlüssel? Das frage ich mich jetzt wirklich. So, also da müssen wir nicht mehr hin. Ah! Stopp! Ah! Zack! So, okay. Haben wir da noch einen irgendwo? Ja, nach vorne. Und zack, 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 zack. So. Ist das hier für den gelben Schlüssel? Nee. Blöd. Ah! Was machst du denn? Ah! Ey! Oh, hab ich sehr schockt. Wo kam der denn auf einmal her? Die spawnen anscheinend, okay. Das finde ich sehr interessant. Ja, jetzt muss man doch hier rein können, oder? Aha! Ah, hier. Guck mal hier wieder. Tane Shoes-Style. Ah, das hat mich geklappt. Okay, Schaden. Aber auch mal geil, dass man hier... So. Ah, ich glaube, man kann hier auch so... Yeah! Man kann hier auch so Rollen machen, so James Bond-mäßig. Ja gut, aber das ist... Hab ich zu spät gemerkt. Als dass mir das jetzt noch irgendwie helfen könnte. Ah! Ah! Auf das Fass schießen! Genau. So. Ist noch ein Fass. Aber ich glaube, die bringen nichts. So. Ah, das ist schon der Nächste. Seht ihr den? So. Du bist jetzt fällig. Zack. Hedger. Und... Und... Bäm! Ah, das Fass, das Fass, das Fass. Ah, das Fass hat mich gew... Hat mich gewirft. Ah, da ist noch einer. Okay. Ah! Was fasst du denn, Alter? Ja, das sind Militärtypen. Die sind ein bisschen härter als die anderen. Die kommen da angerollt und so. Ah, Purzelbaum machen kann ich auch. Aber das ist, glaube ich, nicht so der Sinn der Sache. Ah. Hey! Mach das kaputt jetzt. Hallo? Mach das kaputt? Da ist ein Minipack drin. Seht ihr das? Ah, der ist der Nächste. Nö, nö, nö. So nicht, Freund. Ah, das sind schon wieder zwei. Ah! Ah, der hat sich selber gekillt. Wie geil. Wie geil ist das denn? Der hat sich selber gekillt. Ah, ha, ha. Exit. Ah, Exit. Okay, hier geht's wohl raus. Dann am Ende wahrscheinlich, ne? Oh, Cell 37 AC. Ah, das... Wo kommt der schon wieder her? Die spawnen einfach irgendwie hinter einem, okay? So. Hier ist kein Gegner, aber bestimmt hier hinter mir, wa? Nö, auch nicht. Ah, Moment, mein... ...wein juckt. So, lad mal nach. Können wir hier rein, glaube ich, wa? Wow. Minipacks! Oh, geil. Oh, das rettet mich jetzt grad so ein bisschen, ha? Oh, schwerer Panzer. Geil. Und ein Leben. Ah! Oh mein Gott! Scheiße! Oh, ich hab vergessen, dass hier noch ein Endgegner gibt. Aber ich glaub, hier muss man einfach nur... Eine... Hier ist noch... Noch ein Typ! Hier ist noch ein Gegner hier. Aber der... Der packt sich da grad fest, okay? Alles klar. Na, ich glaub, man muss hier... ...ä... ...einfach nur... ...den Typen da die ganze Zeit angreifen. Und... Und, 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 und. Schieß! Alter! Der hat... Wie viel Leben hat der noch? 53, okay? Komm schon! Ey, 63 hat der noch. Hallo? Na, jetzt. So. Ah, der verliert ziemlich viel, wenn man den trifft, okay? Ah! Du Penner, Alter! Alter! Oh! Der hat einen Granatwerfer. Ja, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, Alter? Oh! So, und komm! Ah, die Mucke ist geil, Alter! Oh! Oh! Alter! Ey, ich... Ich treff den nicht! So, jetzt hier! Komm! Ey, ich steh direkt neben dir! Oh! Oh, Gott sei Dank! Das save ich mal direkt. Ah, hier war nur die Waffe drin, alles klar. Ich hab jetzt den Granatwerfer. Aber! Den Granatwerfer hebe ich mir auf für einen Endgegner. Ihr könnt euch denken, wer der Endgegner hier ist. Ne? Nämlich Kava höchstpersönlich. Was ist hier drin? Hier ist nix. Schade. Hä? Weil wir jetzt machen hier doch was drin. Naja, egal. Kann man noch diese Dinger da hinten kaputt machen? Da! Ah, schaut mal! Boah, geil, ey! Nur weil man hier überall immer... Hä? Ah, da ist die Lin. Alles klar. Wer hat mich eben angeballert? Naja, egal. Drückekreis. Alles klar. Hi. Ein schlechter Agent bist du gar nicht. Ich habe diesen Schlüssel gefunden. Vielleicht brauchst du ihn. Danke. Lauf zurück zum Maschinenraum und stopp das Boot. Und lass dich diesmal nicht schnappen. Ich werde Kava finden. Okay. Wir treffen uns am Floß. Oh, okay. Alles klar. Raketenfernbedienung suchen. Okay. Alles klar. Dann machen wir das. Ah! Da ist der Gegner. Ah! Zack, 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 zack. So. Wo sind die Nächsten? Hier geht es wieder... Ah! Exit ist ausgeschildert. Ich verstehe. Ah! Das ist der Nächste. Naja. Ich habe dich gesehen, Freund. Ich habe dich gesehen, Freund. Du auch. Du auch. So. Exit. Das ist, glaube ich, Exit. Exit. Ah! Ja! Ist ausgeschildert. Das ist gut. Okay. Weil für gleich. Weil gleich muss man... Das weiß ich, glaube ich, sogar noch. Ja. Da muss man aus dem Boot wieder raus komplett. So, hier wieder. Hier muss doch irgendwo der Typ sein mit der Rakete, hm? Ah, hier war der Gegner. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ist der Typ mit der Rakete? Ah! Das hier ist ein Kreis. Ah! Ich verstehe. Okay. Dann wieder hier raus. Okay. Ah! Ich glaube, das war am Anfang irgendwo, hm? Irgendwo hier und dann hier geradeaus. Es ist so ein favorites Level. In der Orientierung ist das auch nicht unbedingt die beste. Ah! Das hier ist auch ein... Ah! Hier war ich schon. Okay. Ah, mein Ohr juckt wieder. Ah, einen Moment. Es tut mir leid. Ist es das hier? Nee, auch nicht, oder? Jetzt bin ich wieder zurück. Ja, hier war ich schon. Nein, hier ist es nicht. Wo ist der Rotz? Wo ist das? Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde, Alter. Immerhin geile Mucke hier. Ah, ich glaube, am Anfang... Ah, hier ist der Anfang, das seht ihr. Und dann jetzt hier rein, weil da gab es nämlich, glaube ich, noch eine Tür, die... Ja. Ah, okay, 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 äh, Ten-Shoe-Style. Lass mich jetzt den Ten-Shoe-Style machen. Ja, zack. Okay, so. Alles klar. Die Waffe ist viel geiler, guck mal. Oh, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Naja, so, was ist das? Was haben wir hier? Ah, okay, ich habe sie gefunden. Tür entriegelt. Ah, das sind Gegner. Nehmen wir die Uzi. Klapp mal nach und zack. Und zack. Oh, so, ja. Ah, man kann auch gedrückt halten. Ah, ist egal. Komm. Okay, ne, nicht den, nimm die Kalaschnikow. Ah, ah, ich verstehe. Okay, safe state. Ich bin da. Hey, ich bin bei der Rakete angekommen. Da ist die Rakete, guck mal. Ah, guck mal da. Da ist die Atomrakete. Alles klar. Da sind Medipacks und da ist ein Gegner. Ah, natürlich. Und ich sterbe. So, ab in... Und in die Eier. Schuss in die Eier. So. So, gibt es hier noch irgendwo Typen? Wahrscheinlich, wa? Ja, da hinten. Der sieht mich natürlich direkt. Ist klar. Alter. Zum Glück ist das hier nicht Henschu. Ah, hier, guck mal. Was ist das denn? Ah, da ist er. Wollen Sie immer noch ein Happy End für die Geschichte? Schade, Sie verpassen den besten Teil der Story. Ich fürchte, Sie brauchen das hier, um die Rakete zu entschärfen. Kava, Sie können nicht gewinnen. Die britische und die chinesische Marine sind auf dem Weg. Ihre heroischen Versuche sind erbarmlich. Erledigen Sie ihn. Ja, könnt ihr ja gerne versuchen. So, Kava besiegen. Okay, alles klar. Ich glaube, danach ist schon... Ah, da oben. Okay. Alles klar. Oh, es ruckelt. Hey, hey, hey. Nichts da. Nichts da, Freunde. Hier. So. Und du. Ey, geh doch sterben. Wie viel Leben willst du mir noch abziehen? Alter. Oh, hier sind Türen. Da ist noch ein Gegner drin. Danke. So. Wow, sehr stylisch hier. Guck mal. Sehr futuristisch auf jeden Fall. Ja, ist ja auch ein getarntes Boot. Was haben wir hier? Ah, das ist noch ein Gegner. Ah, das ist das Bild von der... Von der... Vom Level. Ja, das Bild vom Level. Ne, das Bild von der Level-Auswahl. So, was haben wir hier? Ah. Da, rechts, da. Komm schon. So. Mach mich jetzt nicht schwach, James. Ich glaube, das war's, ja. So, Sekunde. So. Dann geht's mal weiter hier. Was haben wir hier noch? Tür entriegelt. Oi, oi, oi. Was ist das denn gewesen? Da ist ein Gegner drin. Okay, ich verstehe. Mach die Tür auf und schieß direkt. So, genau. Und hier, zack. Da ist noch einer. Ich hab... Ich hab nachladen gehört. Verarscht mich nicht, Spiel. Geile Hucke, Eltern. Ich hab's doch nachladen gehört. Jetzt verarscht mich doch nicht. Ja. Siehst du. Boah, geil. Ha. Explosion. Ah, okay. Da sind zwei. Kann ich hier nicht irgendwas schmeißen? Nee. Leider nicht. Ah, die können aber so weit schießen, glaube ich, ne? Ja. Nee, die kommen nicht so weit. Geil, okay. Ah, was? So schnell? Ah, okay. Aber ich glaube, ich hab noch ein bisschen Zeit. So. Oh ja, nimm den Granatwerfer. Komm jetzt hier. So, safe state. Und lauf, James. Lauf, Alter. So, da bist du, Kava, Junge. Da bist du, Kava. Und komm hier. Jetzt hast du Granat... Ich hab einen Granatwerfer, ja? Ey, 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 ey. Wirklich. So. Kava, ey. Alter, wie viel hältst du aus? Normalerweise bist du so... Bist du voll schnell tot. Alter. Oh, ich bin... Ich steh auch nur hier rum, hä? Ah, yes. Da hab ich dich. Wie bitten wir dann meine Schlagzeilen für den Morgen? Du Penner, Alter. Ich glaube, das war's für Sie, Elliot. Weit gefehlt, Sie ignoranter Nah. Dieses Boot wird sich in drei Minuten selbst zerstören. Oh ja. Sie können nicht entkommen. Der Morgen stimmt nie. Ah ja. Zerstörungssequenz gestartet. In 10-3 Minuten, Countdown läuft. So. Alles klar, drei Minuten, okay? Was ist das jetzt hier? Raketencode. Okay, ich muss wieder zurück. Und schnell. Jetzt fängt nämlich die Zeit an. Genau. Jetzt fängt die Zeit an. Und ich muss jetzt ganz schnell zur Rakete. Ich weiß nicht, wo die war. Scheiße. Ah, da ist sie schon. Okay, alles klar. Lauf. Ah, nein. Hier runter, komm. Lauf und lauf und lauf und lauf. Lauf, 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 lauf. Ich muss an diese Konsole. Wo ist die Konsole? Da ist die Konsole. So. Und zack. Hallo? Hey! Ich hab gesagt, drück den Kreis. Hey. So. Was machst du denn? Was soll das? Er macht es nicht. Warum macht er das nicht? Ist das so vielleicht? Hä? Was ist das für ein Bug? Ich kann's nicht machen. Was soll das? Moment mal. Moment mal. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Raketenstart verhindern. Ja, aber das ist doch an der Konsole. Jetzt verarsch mich nicht. Ah, da ist noch ein Medipack. Gut, dass ich hier... So, was soll ich hier machen? Hä? Ah, muss man vielleicht... Einen Moment mal. Warum geht das nicht? Ist das... Ah! Ist das hier oben drin oder was? Ah! Was soll das denn? Da sind ja noch Gegner! Alter! So. So, Raketenstart verhindern, haben die gesagt. Ist das hier das oder was? Ist das hier? Nee. Nee, hä? Nee, das ist irgendwie... Moment mal. Irgendwas ist hier komisch gerade. Ah, mit Doppelkreis kann man sich schnell rumdrehen. Okay. Nee, ich probiere es jetzt noch mal da draußen. Was war denn jetzt hier noch mal? Hä? Das ist doch diese Konsole hier. Ah, jetzt macht das. Jetzt macht das. Okay. Toll. Aber jetzt ist die Zeit halt. Ja, super. Toll. Zeit verschwendet. Egal. Okay. Fliege, bevor sich das Schiff zerstört. Alles klar. Okay. Lauf. Lauf. Einfach. Lauf. 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 Erst mal hoch hier. Oh, ich hab anderthalb Minuten. Das ist schwer. Das ist... Wo ist der Ausgang? Scheiße, Mann. Da ist er doch, oder? Nee, da ist die... Da war der Kava drin. Oh, kommt halt auf der... Nee, komm. Nee. Alter, ich hab keine Medipacks mehr. Oh, scheiße, Mann. Das wird, glaub ich, nix. Hier war doch nur der Kava drin, oder? Ah. Alter. Nee. Nee, hier war nur der Kava drin. Scheiße. Das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. So. Ja, da muss ich nochmal neu laden gleich. Es tut mir leid, aber... Aber es ruckelt auch so ein bisschen, ne? Wo ist dieser scheiß Ausgang? Hier ist der Ausgang. Aber vielleicht... Weiß ich nicht. Ich folge jetzt immer dem Exit. Ja, da sind noch zwei Gegner. Danke. Wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, bin ich sowieso tot. Er hält sich schon. Ja, das war's. Das war's. Danke. Oh, Mann. Jetzt bin ich wieder hier. Shit. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es geht. So, ich nehme die Waffe hier. Und renne schnell raus. So, lauf, lauf, lauf. Ah, da kommen noch Gegner auf dem Weg. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, ja. So, dann hier durch. Und dann runter an die Maschine. Äh, an das Terminal. Und nur einmal Kreis drücken. Ich hab eben zweimal Kreis gedrückt. Vielleicht lag's daran, hä? Hä? Nein. Warum kommt jetzt wieder dieser Bug? Was soll das? Ich check's nicht. Weil da oben noch ein Gegner ist, oder was? Jetzt hab ich wieder Zeit verloren. Muss ich erst alle Gegner killen? Oder was? Ich muss erst alle Gegner killen, okay. Ach Gott. Ja, ich wusste, dass das Shit wird hier, dieses Level. Oh. Ja. Fliehe bevor dich das Gift zerstört. Ja, ich hab's verstanden. So, lass mich jetzt hier. So, wieder hoch direkt. Und direkt hier hoch. Und da oben ist wieder ein Gegner. So. Komm schon, Alter. Da ist noch ein Gegner, aber der interessiert mich jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nur hier raus. Da sind zwei Gegner. Und die machen mich wieder platt. Boah. Ey. Ich glaub, ich hab so... Ah, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's nicht. Schaff ich's das irgendwann, Mann? Ah, ich hab die Medi-Packs vergessen. Daran hat's gelegen. Ja, ja. Hier. Oh, ich hab noch so wenig Medi-Packs jetzt, ne? Ich glaub, das könnten Spießrutenlauf werden da zurück. So, alles klar. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Ah, ich kann nicht gucken, weil die Zeit läuft. Ah, scheiße, Mann. Ich wollte erst mal gucken, ob ich den Gegner noch irgendwie wexnipern kann. Aber dafür hab ich keine Zeit. Dafür hab ich keine Zeit. Und natürlich treff ich den nicht. Wie seh ich ihn an? Wie seh ich ihn an? So, jetzt. Okay, alles klar. So, den hab ich schon mal ohne Schaden weggekriegt. Dann geh jetzt schnell an die Maschine hier. Er dreht... Oh, da oben ist noch ein Gegner. Oh, shit, Mann. Wie viele Gegner sind denn hier? Ey, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Oh, verdammt. Raketenstart abgebrochen. So. Ey, diese Gegner, ne? Gehen mir richtig auf den Piss gerade. Ich nehm jetzt einfach einen Granatwerfer. Ist mir scheißegal. Ich speichere das jetzt einfach mal. Ich bin mal mutig. Und nimm den Granatwerfer hier. So. Jetzt ist mir alles scheißegal. Hau einfach ab, James. Hau einfach hier ab. Mensch. So. Der Gegner ist mir egal. Ich geh weiter raus hier. So, jetzt kommen die beiden. Jetzt kommen die beiden, die mich hier wieder runter. Runter ballern. Ey. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Da ist das Exit. Und ich komm... Und ich werd wieder platt gemacht. Und ich werd wieder platt gemacht. Und ich werd wieder platt gemacht. Das gibt es nicht. Ey. Irgendwie muss das doch jetzt gehen. Ey, jetzt mal ehrlich. Ich werd immer platt gemacht von den Spastis. So. Ich hab ein Medipack. Ja, wow. Ein Medipack. Super geil. Echt. Das hilft mir jetzt auch so viel, wenn da drei Typen... Wenn da wieder zwei Typen rumstehen da hinten. Ja, und schieß. Das hier kann ich aber auch nicht besser machen. Aber das ist ein bisschen besser. Das speichere ich direkt mal. Ja, ich weiß, aber es ist blöd. Es ist blöd. Äh. Exit. So. Einfach raus hier. Und da ist die Stelle. Und zack. Da ist noch... Da sind noch zwei Typen, Alter. Gibt mir mal Medipacks, Alter. Ah. Hier ist es doch schon. Hier ist es doch schon. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Yes, Mann. Geschafft. Das Spiel ist fertig. Oh, geil. Oh. Das war aber auch ein Krampf jetzt am Ende. Da war doch direkt das Ziel. Ey. Ich bin so blöd. Naja, egal. Was? Es gibt keine Cutscene. Keine Endcutscene. Oh, das wäre aber scheiße. Wenn es da jetzt keine Endcutscene für geben würde. Gibt es da jetzt nichts? Gib mir doch wenigstens ein Ending. Spiel gewonnen. Versuch es jetzt als 007. Filme stehen unter Optionen zur Verfügung. Toll. Das war es, oder was? Ja. Das war es. Super. Toll. Ah. Naja, egal. Ja. Ich würde sagen, abschließendes. Abschließendes Fazit. Ja. Geiles Spiel auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Und ja. Genau. Wer sich für James Bond interessiert, der ist mit diesem Spiel definitiv gut aufgehoben. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht für die Woche, die es gedauert hat. Und ja. Genau. Und richtig. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Hauptmenü. Ja. Weiter. Ja. Haben wir hier alle 10 Level, ne? Genau. Äh. Ja. Wie gesagt. Äh. Das war es von 007. James Bond, der Morgen stirbt nie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Und genau. Ich weiß nicht, was ich als nächstes spiele. Das werde ich heute Abend nochmal überdenken. Und ja. Genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dem Projekt. Und ja. Wem es gefallen hat, der mögen wir doch ein Like oder ein Kommi da lassen. Oder ein Abo. Und genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag, ne? Ciao. Ciao.